Ich möchte kurz erzählen, wir haben versucht, eine qualitative Forschungsarbeit zu machen und haben mal die Frage sehr offen gestellt, was kann Schiatsu für die Lebensqualität von Betroffenen leisten? Wir haben eine Qualität und wir wollten wissen, ob Schiatsu die Qualität des Patienten sind. Genau. Wir haben dazu sieben Fallstudien gemacht und diese mit qualitativen Forschungsmethoden untersucht. Wir haben sieben Erfahrungen gemacht, was haben wir gemacht? Wir haben sieben Personen eine Serie von acht Schiatsu-Behandlungen gegeben. Diese Personen haben wir vorher und nachher bestmöglich interviewt. Dann haben wir eine teilnehmende Beobachtung gemacht. Dann haben wir eine teilnehmende Beobachtung gemacht. Mit einer Fotodokumentation und mit Protokollen, Beobachtungsprotokollen. Nach Ende der Behandlungsserie haben wir ein Gruppeninterview gemacht mit zwölf Teilnehmern. Die Hinweise, die wir aus diesem Gruppeninterview bekommen haben, haben uns geholfen bei der Erstellung von Fallbeschreibungen. Mit diesen Fallbeschreibungen haben wir einen moderierten Auswertungsworkshop durchgeführt. Par la suite, nous avons réalisé un Workshop avec ces Resultats. Dazu werde ich Ihnen im Anschluss ein paar wenige Fotos zeigen. Et je vais vous demonstrer ça à la fin avec quelques Fotos. Genau. Um es kurz zu halten. Pour faire bref. Möchte ich Ihnen jetzt noch ein paar der für mich wichtigsten Ergebnisse erzählen. Was wir beobachten konnten, war eine bewusste und unbewusste Körper- und Selbstwahrnehmung der Klienten. Wir konnten beobachten, wie die Aufmerksamkeit nach innen gegangen ist und den Berührungen gefolgt ist. Diese Körperwahrnehmung ist nach unserer Annahme ganz wichtig für die Repräsentanz des Körperbildes im Gehirn. Das Körperschema. Es geht um die Repräsentanz des Körperbildes im Gehirn. Es geht um die Repräsentanz des Körperbildes im Gehirn. Genau. Weil wir davon ausgehen, dass das hilft zur Orientierung im eigenen Körper sowie zur Orientierung im Raum. Parce que cela aide à l'orientation de soi-même dans l'espace. Wo es ja sehr oft Probleme gibt bei Menschen mit Demenz. Où souvent il y a des grands problèmes pour les personnes qui sont atteintes de la Demence. Des Weiteren konnten wir eine Linderung und eine Lösung von Schmerzen feststellen. Ensuite, on a pu constater une atténuation et une liberation des douleurs. Das haben unsere Klienten auch so ausgedrückt. Et cela a été exprimé par les Clients. Wir konnten Entspannung und sichtbare Lockerung und Beruhigung beobachten. Nous avons aussi observé de la détente et eu un dénommement visible du physique et un apaisement. Ganz besonders an der Armposition. Oftmals haben die Leute schon Kontrakturen und zu Ende der Behandlungen waren sie meistens ganz gelöst. Parce que souvent on a vu des personnes qui étaient très kontraktées au niveau des bras. Et à la fin de la séance, ils avaient lâché les bras et ils étaient très détendus. Pflege- und Betreuungspersonen haben berichtet, dass diese Lockerung und Lösung des Körpertonus ihnen auch ihre Pflegehandlungen erleichtert hat. Et cela a aussi permis aux aidants, ça facilité la tâche aux personnes qui aidaient, puisque les personnes étaient plus décontractées. On a aussi constaté que le Shiatsu est un moyen d'être touché sans stress et sans, comment dire, sans obligation de résultat. Gerade Menschen mit Dement sind oft konfrontiert mit Verlusten von Fähigkeiten. Und beim Shiatsu müssen sie nichts leisten und sie müssen kein bestimmtes Ziel erreichen. Il n'y a pas besoin d'atteindre un but ou de faire une performance lors d'une séance de Shiatsu. Als weiteren Punkt möchte ich noch nennen die Unterstützung in der Veränderung der Lebenssituation. Donc, le Shiatsu est aussi un soutien d'accompagnement en cas de changement de situation de vie. Shiatsu est une sehr gute méthode in der Begleitung von Übergängen. Parce qu'il accompagne dans la transition d'une situation à l'autre. Wie zum Beispiel die Eingewöhnungsphase in un Pflegewohnheim. Donc, par exemple, dans la phase d'une adaptation dans une EHPAD. Un autre Punkt konnten wir sehr gut dokumentieren. Und zwar die Aktivierung und die Erweiterung des Bewegungsradius. Un autre Punkt est l'activation et l'élargissement des Radius ou du champ du mouvement de la personne. Beispielsweise eine Klientin, die normalerweise keine Eigenbewegungen mehr durchführt. Donc, nous avons eu une cliente qui ne pouvait plus bouger d'elle-même. Hat während und am Ende der Shiatsu-Behandlungen tänzerische Bewegungen mit den Armen über den Kopf gemacht. Donc, elle a la fin d'une séance de Shiatsu, elle a commencé à bouger ses bras et comme si elle dansait. Ein ganz wichtiger Punkt, der heute schon erwähnt wurde, Shiatsu als non-verbale Kommunikationsmöglichkeit. Donc, un autre point, c'est donc, le Shiatsu est une possibilité de communication non-verbal. Und somit auch wieder eine soziale Interaktion ermöglicht. Et par là est une possibilité d'une interaction sociale. Wir konnten beobachten, wie bei Menschen mit schwergradiger Demenz. Donc, des personnes atteintent d'une Demence très lourde. Ein Verhandlungsprozess stattfand zwischen dem Klienten und dem Praktiker. On peut communiquer avec le soignant. Welcher Druck jetzt passend und angenehm ist. Donc, ils ont communiqué aux soignants, quelle est la pression adaptée au moment où ça se passe. Genau. Zum Schluss möchte ich noch zwei kurze Punkte erwähnen. À la fin, je me rappelle encore nos deux points. Natürlich das genussvolle, lustvolle, esthétische Erleben. Donc, c'est la joie et l'enthousiasme qu'on peut ressentir lors d'une séance de Shiatsu. Et un dernier point, la sphère s'intime, malgré les touchés en proximité, parce que les clients restent habillés. Und möglicherweise trifft der eine oder andere Punkt auch auf andere Therapien und Trainings zu. Donc, il y a peut-être d'autres thérapies où ça va se rejoindre avec les Shiatsu. Aber gerade im Shiatsu können wir alles vereinen. Mais dans le Shiatsu, tout peut être unis ou réunis. Einen letzten Punkt möchte ich noch erwähnen. Ganz wichtig ist dabei auch immer den Willen und das Selbstbestimmungsrecht des Klientens zu beachten. Donc, il est très, très important lors d'une séance d'accepter et de respecter la claire volonté et également le fait de ce que la personne veut ou ne veut pas. Genau. Ich möchte Ihnen jetzt noch ganz kurz ein paar Fotos zeigen von unserer Arbeit, bevor ich dann das Wort noch an den Andrew, unseren durchführenden Praktiker, geben möchte. Donc, avant de passer la parole à Andrew, j'aimerais bien vous montrer quelques Fotos de notre travail. Das war unsere erste Einheit. Donc, ça c'était la toute première séquence. Ich möchte Ihnen hier nur zeigen die verschiedenen Varianten des Behandlungs-Settings. Donc, j'aimerais bien vous juste vous montrer les Variantes différentes des séances. Das war eine Klientin, bei der man sehr gut die Veränderung der Armpositionen sehen konnte. Chez cette cliente-là, on a vraiment bien pu constater le changement au niveau des bras lors de la séance. Eine 104-jährige Dame. Ceci est une Dame âgée de 104 ans. Die im Anschluss gesagt hat, es war mir ein Genuss und eine Freude, weil ich es selbst erlebt habe. Qui, à la fin de la séance, disait, c'était un tel plaisir pour moi, parce que je peux le vivre moi-même. Unser Gruppeninterview. Donc, ça c'était l'interview du groupe à la fin, après les 8 séances de Shiatsu. Und hier haben wir beim Auswertungs-Workshop die Ergebnisse auf individueller Ebene und auf Ebene der Organisation aufgelistet. Donc, ça c'est les résultats au niveau individuel et au niveau du groupe. Et là, ça c'est tous les résultats que je ne peux pas vous lire, parce que... Voilà. Vous avez les eu-même. Applaudissements Applaudissements Vielen Dank.